Was heute sprechen wir? Wie heißt er noch? Dr. Zegel und Mr. Hyde heißt er, glaube ich. Es geht ja in den Film oder auch in dem Buch natürlich darüber, dass es keinen guten Menschen gibt. Das ist ein Schwachsinn natürlich. Mitunter gibt es auch keinen Helfer, der kein Mörder ist. Die Natur des Menschen. Und wir haben Böses und Gutes in uns und das muss so sein. Und dann entscheidet man sich auch keine Ahnung. Aber mitunter gibt es auch keinen Helfer, der kein Mörder ist. Und so ist es wahrscheinlich.